Schauen wir mal. Dass wir vielleicht auch noch ein, zwei Viecher mitnehmen. Komm her! Denn die Dinger haben, glaube ich, einen ziemlich schlechten Wenderadius. So greifen wir einfach mal so an. Bam! Okay. Ein cooler Piratensäbel im Übrigen. Angel möchte ich nicht, also nehmen wir wieder die XP. Jawohl, sehr schön. Drei ganze XP. Mann, Mann, Mann. Ach, kommt schon. Der hat mich nicht gesehen, obwohl ich frontal auf ihn zu gerannt bin. Sehr schön. Ach, guck mal, alle Distress. Und der legt sich erstmal auf wie Fresse. Nein, tut er doch nicht. Ich nehme diesmal Geld. Geld ist gut. Da hat Geld. Okay. Double up. You have the chance to double up. If you want you can pick a second card from a new shuffle. However, one or more of the new cards may be blank. If you select a blank card, then you will lose the original card you selected and walk away with nothing. Okay. Would you like to try? Ja, bitte. Okay. Jawoll. Noch eine Chance auf double up. Wäre ich gemein, wenn da einfach zwei kommt, die beide nichts haben. So. Müsste wieder die sein. The card vanished. Dafür haben wir aber Aff, Paraff und eine Coincard bekommen. Das ist doch sehr schön. Sind wir doch wieder... Haben wir wieder genug Geld, um uns noch mehr Kaffee zu kaufen. So. Und dann gehen wir direkt mal hoch, weil hier ist nicht so viel los. Müsste die Barriere jetzt nicht weg sein. Achso. Achso. Da sind die Stühle auf einmal weg. Mysteriös. Mysteriös. So. Und dann geht es in den nächsten Block? Block. Ja. Zweiter Block. I'm experiencing difficulties. Possibly because of the distance. I need more time. You may proceed for now. Sag mir nicht was ich tun soll. Boom. In den Rücken gestochen. Was zum Henker ist das? Phantom Magier. So, kriegt er erstmal einen Bufo ab. Hm. Und ein Garu kriegt er auch noch ab. Was? Warum lebt er noch? Sehr schön. Das heißt er darf nochmal. So. Cleave. Wie lange braucht die Oli überhaupt? So. Bufo. Diabatra. Äh. Ich weiß gar nicht wie ich eine Personas dabei habe. Ich habe keinen anderen Anrufskill als Bufo dabei. Das ist suboptimal. Sagen wir es mal so. Egal. Greifen wir halt so an. Okay. Hammer. Hammer. Woher soll die jetzt Hammer nehmen, ha? Doof. Ach Junge. Du kannst doch wenigstens mal treffen, oder nicht? Ach du Scheiße. Ja, sehr schön. Ja. Kann der Dia? Jawohl, der kann Dia. Der wird am wenigsten. Die Oli. So. Und da kommt Erwin mit seinem Cleavenhaut wahrscheinlich wieder daneben. Naja, diesmal nicht. Und jetzt gibt es wieder mal Aki. Ich kriege auch ein Dia, das ist auch schön. Und Knie trotzdem auf den Boden. Oh Gott, nein, 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 nein. Nicht Mudo. Puh, Glück gehabt. Danke. 18. Die hat ihm 18 Schaden gemacht. Was für ein Witz. Äh, ja, 70 XP. Dafür kriegen wir jetzt auch direkt mehr XP von den Viechern. Ja, schön. Ich unterbreche dich ja nur ungern, aber heile uns. Danke. Und ich nehme hier die Kohle mit, ja? Es war nur 43 Yen. Das ist ja unglaublich, dieser Verdienst. Ähm. Ich muss mal kurz schauen, dass ich mir eine andere Persona nehme, weil... Schwach ging das. Ach. Ich muss sie gerade mal schauen. Nein, bitte nicht. Komm, nehmen wir die Gute mal. Ja, komm. Weil sie mich an eine Dämonenkatze erinnert und das finde ich witzig. Ähm, ne, weil... Zur Not wechsel ich halt am Anfang des Kampfes. Ach du Scheiße. So, kriegt er jetzt mal Garu. Mal schauen, wie ihm das gefällt. Ich glaube, dass so viel es könnte... ...nervig werden. Ach du Scheiße. Ich habe das Gefühl, wir sind etwas unterlevelt. Und der macht Argen. Ja, ist... Ist auch okay, Jumpel. Ich meine... Oder gibt es heute noch einen Garu... ... in die Phrase? Jawoll. Ach du Scheiße. Also, stark gegen Slash, stark gegen Pfeile, schwach gegen Elektron, schwach gegen Wind. 399 HP. Ich kann es tun! Na okay. Aber trotzdem sollte man es hinkriegen. Also, jetzt haben wir es hingekriegt. Hm... Ach guck mal, dafür gibt es jetzt auch mehr hier XP und so. Da wir nachleveln müssen, wie ich das Gefühl habe, nehmen wir hier direkt die Leaf. Kriege 87 XP. Sehr schön. Ähm... Heil uns. Ich würde sagen, eigentlich hat nur der Wasser bekommen. Sehr schön. Da hast du doch glatt mitgedacht. Lieber NPC. Hm... Ich habe Angst. So, schön von hinten. Immer von hinten drauf. Komm, hier krieg ich die Garu ab. Ich glaube, der ist nur schwach gegen Hamaon. Ich kann es tun! Du musst hier immer Skills einsetzen. Ah okay. Passt schon. Hast du gut gemacht. Das war einfach. Mhm. So. Schau mal. Gott. Das mit dem Laufen üben war nochmal. Kommt in meine Richtung. Ich möchte das nicht. Nicht. Ich lauf so lange im Kreis. Komm Junge, dreh dich um. Oder lauf irgendwo hin, wo ich dich von hinten hauen kann. Ja oder so. So. Sehr schön. So. Garu auf den. Das ist super gelaufen. Und der macht wieder cleave. Ne, der macht Feuer. Sehr schön. Okay. Dann. Jack Frost. Ja. Schauen wir mal was wir die direkt weg hauen. Wäre super. Ja. Ja. Excellent attack. Can you use Zeo-Skills? Zeo? Ne, Zeo habe ich einfach mal überhaupt nicht. Nix. Hey, sie ist Gift ausgewichen. Das muss man auch mal schaffen. Jawoll. Sehr gut. Ja. So. Angel, haben wir schon also. Versuch mal die Waffe zu kriegen. Äh, ich glaube das war die Waffe. Ja, ein Imitation Katana. Das ist doch, ähm... Ne Waffe. Ja, 2840 Yen diesmal. Ähm. Gegner. Ja. Ich wollte doch nur zurück zur Treppe. Mann. Ich könnte doch vorbeisprinten. Ich sprinte vorbei. Baaaaaahhhhhh. So. Um die Ecke und ne Etage höher. Aber... I'm having difficulties because of the distance. Sorry, can you go on to the next floor? Ja, ist ja gut. Ach du Scheiß, das ist ja groß. Je größer desto mehr Feinde. Das ist natürlich doof, dass wir noch keine Skills haben mit denen wir mehr auf... ...einmal angreifen können. Ich schlucke einmal schwer. Komm jetzt drehe ich einmal um 180 Grad oder was? So. Ufo! Heat Balance. Heat Balance hört sich an, als ob die Schwach gegen... ...Ufo wären. Sind sie natürlich aber nicht. Ja. Okay. Sehr schön. Mal gucken, was die Gute jetzt macht. Was treibt die Olle da? Ist ja unglaublich. Hm. Ich wechsle einmal die Persona. Persona. Ich vergesse mal, welcher was hat. Die hier möchte ich bitte. Uuuuund... ...dann gibt es hier von mir nämlich... ...OMGARU! Einmal um den weg zu hauen. Dann kriegt ihr gleich einfach mal unseren Gesamtangriff in die Fresse. Machen wir einfach mal die völlig übertriebenen All Out Attack. Hundertundsechzig, ey meine Güte. Jawoll, ich mach weiter so. Ähm. Ach Heilen ist glaube ich auch ne ganz gute Idee. Ähm. Das müsste es sein. Ich weiß gar nicht wie viel wir verloren haben, ich glaube es war gar nicht so viel. Ähm, ach hier, Sackgasse. Ich laufe einfach nach Bestem und Wissen und Gewissen irgendwohin. So. So, und in den Rücken gestochen. Ähm, haben wir wieder die Dinger? Yes. So. Ich finde es im Übrigen schön wie sein Kopf beim Schuss durch den Schädel leicht zur Seite ruckt. So, Garu. Auf den noch. Ich glaube, so wie die gebaut sind, die Gegner können ja auch gar nicht aufstehen. So. 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 Stockwerk. Ach, ich dachte, hier wäre noch was, aber hier ist nichts. Und weine. Ganz laut.